Ihr alle stellt euch mit Sicherheit die Frage, warum? Warum tun 8 Spieler sich das an? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Mit welchem Motto gehst du hier in die Challenge rein? Es gibt nur ein Motto und zwar ich möchte gewinnen und das ist mein einziges Ziel, deswegen bin ich da. Der Wille entscheidet. Das ist mein Motto für dieses Spiel. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR